20. August 1989. Das Schweizer Fernsehen startet ein Survival-Experiment und fliegt sechs Leute aus der Zivilisation in die Einsamkeit des Schweizer Juras aus. Das sind das Heidi Huber, Röbi Dubil, Evelyn Rufer, Werner Früh, Walter Traber und Annelies Seiler. Mitnehmen dürfen sie gar nichts, nur die Kleider, die sie anhaben. Der Platz befindet sich auf ca. 1000 Meter Höhe. Das ist Evelyn und Walter, die hier am Mattenflechten sind. Und da sind wir nochmal zurück bei den Wurzeln, da ist immer noch dran, die ist immer noch nicht durch. Die grössten Probleme sind Hunger und Kälte. Die einzige Hilfe zum Überleben erhalten die Teilnehmer von Experten im Studio. Hier eine Anleitung zum Feuermachen. So einfach ist es jedoch nicht. Das sind dann alle auch ein bisschen mit der Motivation zurückgekehrt und man hat dann das mal eben auf der Abend, als die Wiese feucht wurde, hat man es dann auch wieder aufgegeben. Es sind noch viele Fragen immer wieder kommen, was ihr überhaupt esst. Was esst ihr? Was esst ihr? Wenn überhaupt? Himbeere und Wasser. Beere suchen, Wasser trinken, Hütten aufbauen. Ich gehe den Nest anbreissen zum Abdecken. Jetzt mache ich mir noch ein Vordechli und das ist dann so. Und Gras sammeln, wenn es nicht regnet. Ich würde sagen, als erstes den Kopf zerdrücken, damit das Tier sich nicht quält. Dann die Hinterbeine weg. Denn wenn man die Hinterbeine haben, wiederhaken. Wenn man die in den Hals kriegt, dann fangt ihr an zu stottern. Ganz durchgehalten haben nur drei von sechs. Evelyn Rufer gibt bereits in der Halbzeit auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017